Der Spargel ist ja im Boden, den musst du jetzt ausbuddeln, dann stickst du ihn raus und mit der Glättkelle räumst du das Loch wieder zu und glättest du das wieder. Also gleich wieder aufräumen, das macht normal meine Frau daheim. Dann probieren wir das jetzt. Wir möchten danach eine fachmännische Beurteilung von dir. Falls ich mal nicht mehr bei Donau 3FM bin, man weiß ja nicht. Bis zum nächsten Mal. Jetzt ganz ehrlich. Ganz ehrlich gesagt, am Anfang haben wir gedacht, das wird nichts. Aha. Ich habe es euch aber dann wirklich ganz schnell positiv entwickelt. Also zur Not, wenn jetzt einer ausfällt und... Ihr, mit euch könnten wir es weitermachen. Ja gut. Das tut uns jetzt auch gut. Ich hatte es mir schon gesagt, wir schenken den Spargel, aber das ist ja nichts. Danke für die Einladung. Danke für die lehrreichen Stunden. Und jetzt fahren wir heim mit unserem 3-Kilo Spargel. Und wenn ihr mal einen Spargel kaufen wollt, Spargelhof Lohner, nicht vergessen. Gibt es auch in Ulm.